Köln-Chefcoach Steffen Baumgart und sein Trainerteam stehen dieser Tage vor einer großen Aufgabe. Leute, mir hat dieses Video gefallen und es wird dem Kanal helfen, zu wachsen. Abonnieren Sie es, wenn Sie es noch nicht abonniert haben. Wie will man gegen die TSG Hoffenheim die Ausfälle von Matthias Olesen und Erik Martl auffangen, die eigentlich die Doppel-Sex bilden sollten? Die wichtigste Personalie ist diesbezüglich Dejan Ljubi, der schon zuletzt neben Martl im Zentrum agierte. Der Österreicher dürfte nun umso wichtiger werden. Alles weitere ist Stand jetzt noch unklar. Trainer Baumgart äußerte auf der Pressekonferenz am Donnerstag nur so viel, ein paar Ideen haben wir noch. Das hängt auch davon ab, ob wir mit zwei oder einem Sechser spielen. Es war nicht geplant, dass die beiden, die eigentlich die Sechs übernehmen sollten, nicht dabei sind. Wir wissen noch nicht, wie wir es machen. Wir wissen, in welche Richtung das gehen soll, aber es sind keine Entscheidungen getroffen. Als Nebenmänner von Ljubi im Rahmen einer Doppel-Sex kämen noch Dennis Hosein bei sowie Jakob Christensen in Frage. Doch ersterer befindet sich im Formtief und der Neuzugang aus Dänemark hat noch Schwierigkeiten, sich ans Bundesliga-Niveau zu gewöhnen. Auch im vergangenen Testspiel gegen Bergisch Gladbach wusste der 22-Jährige noch nicht wirklich zu überzeugen. Baumgart, wenn man bei Christensen überhaupt von fehlen, sprechen kann, dann ist es die Intensität. Das kriegst du nicht von heute auf morgen hin. Er muss sich noch an die Abläufe gewöhnen und weiterarbeiten, ebenso wie Hosein bei. Er ist zwar ein Jahr länger da, aber auch da müssen wir immer wieder rangehen. Die Ansätze sind gut, aber mit Ansätzen gewinnst du keine Spiele. Eine klare abschließende Aussage Baumgart, der gegen Hoffenheim wahrscheinlich nicht auf Christensen setzen wird. Auch ein Statelfeinsatz von Hosein bei ist fraglich. Doch was bliebe dann? Auch hat die Frage nach der Besetzung im zentral-defensiven Mittelfeld natürlich Auswirkungen auf andere Mannschaftsteile. Es ist noch keine Entscheidung getroffen, ob die Wieselke anfängt oder ich bei Steffen Tigges bleibe, ob ich mit Luca Waldschmidt und Florian Kainz beginne oder nur mit einem von beiden. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ziehe ich Rasmus Carstensen wieder nach vorne auf die Achterposition, um mit Geschwindigkeit zu kommen? Wir haben da viele Gedanken im Kopf. Denkbar erscheint nach Einschätzung von Liga Insider folgende Aufstellung. Vor der gesetzten Abwehrkette spielt Ljubi, muss von seinen Teamkollegen dann aber auch stark unterstützt werden. Carstensen, eigentlich Rechtsverteidiger, rutscht einen vor. Er hat das Verteidigergen durch seine Stammposition im Blut, könnte also auf seiner Seite für etwas mehr defensive Stabilität sorgen. Kainz bleibt im Zentrum, Meiner darf weiter die linke Seite beackern. Vorne drin bildet sich ein Doppelsturm aus Waldschmidt und Selke Tigges. Zubegebenermaßen eine recht offensive Aufstellung, auf die die Entscheidung aufgrund der Personalsituation aber vielleicht fallen könnte.